Mein Name ist Dino Eider-Pasic und ich komme von Zolva und spiele Trombone. Ich bin an der Zolva-Musik-Krausskind in einem Harmonie-Ensemble. Das war ein Hauptgrund für welches Militärmusik als Beruf gewählt hat. Ich bin an den Militärischen Aspekten in der Schule. Ich bin an die Probe. Wenn ich nicht mit Musik gewusst habe, dann habe ich einen Stil von Ingenieur oder Urbanismus, das für die Menschen zu studieren. Ich bin an der Zolva-Musik-Krausskind in einem Harmonie-Profen. Oder generell Probe an der Musik. Ich spiele ganz viel Piano, insofern es Jazz-Piano. Ich bin ein Band. Ich glaube, es hat ein anderes Echt Lied aufgerufen. Ich bin an der Zolva-Musik-Krausskind in einem Jahr. Ich habe immer noch viel Projekte gemacht. Ich habe immer noch viel Musik, wie es ist. Modernes Musik. Ich bin an der Zolva-Musik-Krausskind in einem Jahr. Ich habe immer noch drei Möglichkeiten, die ich gut repräsentieren. Eine Karte ist... ...Sting. Dann Guns N' Roses. und dann etwas, was ich glaube ich ganz gerne leistere als Puccini. Mein Hobby in der Auswahl von der Musik sind viel im sozialen Bereich, ganz viel mit dem College rausgehen, feiern und erholen, relativ spontane Sachen machen. Dazu zählt auch ganz viel Sport und spazieren und viel ein bisschen. Im letzten Terrain, an der E.B., hat man eine ganz interessante Mission. Ich habe eine Gruppe von 15 Leuten, die mit der B.S. und eine andere Gruppe gemacht haben, von ihnen guten. Diese Missionen sollen eine ganz neue Stauber sein, von einer engen Truppe Kintianer zu kämpfen. Die gute Truppe hatten extrem viel Munition und mehr waren auf Null. Die Missionen waren eben eine Munitionskust zu finden und uns so können servieren. Das Ganze war am Dichter gescheit, und das hat uns nicht so lange gedauert, weil viele Leute ein Kommen geloßen und die Position geflogen wurde, und die Karte ausformt wurde. Es war eine coole Mission, als das dann schlussendlich eine enorme Straf ging. Die Leute, die an die Militärmusik wollen kommen, sollen sich nicht mehr musikalisch viel bereden. Ich habe auch Pratschen, für die Feiermeinde an der E.B. durchzuhalten, so wie sportlich und auch mental. Das ist der wichtigste Tipp, den ich kann weitergeben. Die Musik sind wichtig. Das ist dieigene Lesbe. Die Musik ist wichtig. Die Musik wird von der E-Benzlimitär.